Die Politik verteilt mal wieder gerne großzügig unsere Steuergelder und während man solche Unterfangen natürlich generell kritisch hinterfragen sollte, gibt es hier jetzt wirklich ein Programm, das für ein paar wenige bei uns in Deutschland sehr interessant sein könnte. Denn es werden Photovoltaikanlagen gefördert, allerdings in einem sehr engmaschigen Raster, das heißt die Voraussetzungen für die Förderung sind sehr hoch, trifft nur auf wenige Personen zu, aber wer davon profitieren kann, sollte das unbedingt mitnehmen, denn es ist wirklich ein No-Brainer diese Förderung. Und was es damit auf sich hat, das Programm KfW 442 Photovoltaik in Kombination und hier kommt jetzt der Punkt in Kombination mit einem Elektroauto, ja das erfahrt ihr in diesem Video, viel Spaß, ich bin Andi, ihr schaut Smarter Energy, fangen wir an. So, was sind jetzt also die Voraussetzungen, damit ihr von der Photovoltaikförderung über das Programm KfW 442 profitieren könnt? Zum einen, ihr müsst eine Privatperson sein, also Firmen können hier diesen Antrag nicht beantragen. Dann müsst ihr ein Haus besitzen, es darf auch kein geplanter Neubau sein und ihr müsst ein Elektroauto besitzen oder zum Zeitpunkt der Antragstellung verbindlich bestellt haben. Hier gibt es übrigens auch noch einen Trick, also Trick in Anführungszeichen, denn ihr könnt auch ein Leasingfahrzeug nehmen, das müsst ihr tatsächlich sogar nur zwölf Monate halten. Allerdings hier großer Punkt, den ihr beachten müsst, ihr müsst trotzdem 36 Monate ein Elektroauto verwenden. Das bedeutet, falls ihr jetzt einen Leasingvertrag für zwölf Monate abschließt, müsst ihr danach wahrscheinlich nahtlos ein anderes Elektroauto besorgen, um dann auf eine Mindesthaltedauer von drei Jahren eines Elektroautos innerhalb dieser ersten drei Jahre der Förderung zu kommen. Sonst müsst ihr die Mittel gegebenenfalls zurückzahlen, also hier Vorsicht. Ja, und das ist also die Voraussetzung für das Förderprogramm und dazu kommt auch, dass keine Dienstwagen, also mal angenommen, euer Arbeitgeber stellt euch ein Elektroauto zur Verfügung, das ihr auch privat nutzen könnt, das zählt tatsächlich nicht. Das bedeutet hier also wirklich, es gibt einen sehr eng gefassten Kreis an möglicher Antragsteller, die von diesem KfW 442 Programm profitieren. Wenn ihr allerdings da reinfällt, dann ist das wirklich grandios. Ja, man merkt auch schon die ersten Auswirkungen auf den Markt, würde ich jetzt mal vermuten, denn wir sind selbst momentan an dem Punkt, wo wir überlegen, also jetzt nicht bei mir, ich habe ja meine Photovoltaikanlage leider schon vor der Förderung gebaut, aber im Familienkreis zum Beispiel überlegen wir jetzt einfach ein kleines Leasingauto auf 36 Monate noch zusätzlich zum bestehenden Firmenwagen anzuschaffen, nur um auf diese Förderung zuzugreifen und ihr seht hier dran schon, wie das Programm hier wahrscheinlich schon wieder außer Kontrolle gerät und ja, vielleicht dann doch die falschen Förderanreize setzt. Denn man muss sagen, mit der Förderung und einem günstigen Leasing-Elektroauto profitiert ihr immer noch, selbst wenn ihr das Auto einfach nur auf dem Hof abstellt und an der Stelle der Photovoltaikanlage das Geld spart. Ob das so zielführend ist, wer weiß, aber naja, wenn es diese Förderung gibt, nimmt man das natürlich mit und das werden sich sicherlich einige Leute denken. Und hier muss man jetzt auch aufpassen, die Anträge sind ab dem 26.09., also Ende diesen Monats, stellbar. Ihr müsst allerdings, um diesen Antrag zu stellen, entweder schon das Elektroauto besitzen oder verbindlich bestellt haben. Ja, ansonsten dürft ihr den Auftrag für die Photovoltaikanlage bis dahin noch nicht unterschrieben haben. Das heißt, ihr könnt die Anlage schon planen mit eurem Solateur, dürft allerdings mit der Umsetzung und vor allem auch mit der Beauftragung noch nicht begonnen haben. Bedeutet also, wartet bis zum 26.09. Sorgt dafür, dass ihr ein Elektroauto habt oder den Leasingvertrag abgeschlossen habt. Stellt dann den Antrag auf das Programm KfW 442 und gebt dann den Auftrag zur Umsetzung eurer Photovoltaikanlage. Ja, und wie sehen jetzt die Förderkonditionen aus und warum ist das so lukrativ? Wir haben noch einmal die Mindestvoraussetzungen für die Photovoltaikanlage. Das sind einmal 5 Kilowatt Peak Leistung. Das ist also eine sehr kleine Anlage, mit der ihr schon davon profitieren könnt. Und mindestens 5 Kilowattstunden Batteriespeicherkapazität. Dazu eine Wallbox, die auf einer Liste des KfW nachher aufgelistet sein muss. Das heißt, hier müsst ihr auch bis zum 26. wahrscheinlich warten. Denn diese Wallbox soll auch intelligentes Überschuss laden können. Ja, und dann sind die Fördersätze tatsächlich etwas gestaffelt. Das bedeutet, mit mehr Leistung bzw. mehr Batteriekapazität bekommt ihr auch eine höhere Förderung. Und realistisch gesehen sind so 9.600 Euro drin. Warum erzählen euch manch andere von 10.200 Euro als Schlagzeile? Nun ja, es gibt nochmal 600 Euro zusätzlich für eine bidirektionale Wallbox. Aber machen wir uns nichts vor, das ist nicht Stand der Technik. Das wird sich niemand, also ich sag mal weniger als 1%, der diese Förderung in Anspruch nimmt, wird dort eine bidirektionale Wallbox vermutlich verbauen. Von daher geht von 9.600 Euro maximaler Fördersumme aus. Ja, und wie sind jetzt die Beträge gestaffelt? Ihr müsst also mindestens 5 Kilowatt Peak Photovoltaikleistung errichten und dort gibt es dann 600 Euro pro Kilowatt Peak. Das bedeutet, ihr könnt in der Maximalförderung gedeckelt auch nur 10 Kilowatt Peak euch fördern lassen. Ihr könnt die Anlage natürlich trotzdem größer bauen. Ihr bekommt aber nur pro Kilowatt Peak 600 Euro gedeckelt auf 6.000 Euro. Dann bekommt ihr für den Batteriespeicher 250 Euro pro Kilowattstunde Batteriespeicherkapazität und das ist gedeckelt bei 12 Kilowattstunden, womit ihr dann eine maximale Fördersumme von 3.000 Euro bekommen könnt. Ja, und dann gibt es noch einmal 600 Euro pauschal für die, wie gesagt, Wallbox, die gelistet werden muss, damit diese auch in das Förderprogramm fällt. Und hier müsst ihr wirklich aufpassen, denn ihr müsst alle drei Punkte erfüllen. Ansonsten bekommt ihr die Förderung nicht und das ist ganz wichtig hier zu beachten. Ja, und wer sich schon ein bisschen mit dem Thema Photovoltaik auseinandergesetzt hat, der weiß 9.600 Euro für eine solche Anlage. Wir gehen jetzt einfach mal von der maximalen Anlagengröße aus, denn ich sag mal, wer die Dachfläche, die Gegebenheiten dafür hat, wäre blöd, hier dann weniger zu nutzen. Ja, der wird wissen, dass die 9.600 Euro schon gut ein Drittel, vielleicht sogar mehr als ein Drittel des Kaufpreises einer, ich sag mal, jetzt vom Monteur fertig installierten Anlage betragen können. Und das ist natürlich immens, denn ihr profitiert natürlich weiterhin von eurem selbst genutzten Strom. Das heißt, ihr könnt unglaublich günstig E-Auto fahren, habt natürlich auch im Haushalt, gerade wenn ihr den 12 Kilowattstunden Speicher habt, einen enormen Vorteil, wo ihr, sag ich mal, allein im Haushalt wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent eurer Stromkosten einsparen könnt. Und, ja, fahrt dann noch wirklich, wie gesagt, super günstig Auto und bekommt dann noch zusätzlich die Einspeisevergütung, die zwar verschwindend gering ist mit in dem Fall 8,2 Cent pro Kilowattstunde, die ihr einspeist. Aber insgesamt summiert sich das natürlich und macht eine Anlage dann mit dieser Förderung unglaublich schnell bezahlt. Ja, was ist jetzt der Nachteil? Man sieht jetzt schon, wir haben uns selbst mal informiert, Leasingautos scheinen jetzt auf einmal teurer zu werden. Hm, wo kann das nur dran liegen? Naja, man muss es halt gegenrechnen. Ihr bekommt aktuell schon einen Dacia Spring Electric auf 36 Monaten Laufzeit, also das günstigste E-Auto, was ihr bekommen könnt, für knapp über 100 Euro und dann kann man natürlich ganz einfach gegenrechnen. 3.600 Euro, noch ein bisschen Überführungskosten dazu und ihr habt immer noch einige tausend Euro, die ihr bei der Förderung übrig habt, selbst wenn ihr das Elektroauto nur daheim abstellt und nicht nutzt. Ja, kann jetzt jeder denken, was er will, aber so wird das Förderprogramm funktionieren. Viele, die natürlich schon ihr E-Auto privat besitzen, für die ist das natürlich jetzt wirklich die allerbeste Möglichkeit, hier das Geld sinnvoll zu nutzen, denn wer sowieso vorhat, eine Photovoltaikanlage zu bauen, das E-Auto schon besitzt, die Gegebenheiten vom Förderprogramm erfüllt. Ja, der hat hier wirklich jetzt richtig Glück mit dem Zeitpunkt, wenn er seine Anlage noch nicht bestellt hat und der kann jetzt hier wirklich immens profitieren. Wir werden mal schauen, vielleicht werden wir auch an anderer Stelle, jetzt ich nicht privat, aber in meinem Familienkreis das Förderprogramm in Anspruch nehmen. Wenn es dazu was Neues gibt, nehme ich euch hier gerne mit. Wenn euch das Thema Photovoltaikanlage generell interessiert, ich werde hier auf dem Kanal in Zukunft noch einige Projekte umsetzen beziehungsweise auch andere Themen aus dem Bereich erneuerbare Energien oder moderne Technik, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Andi und ihr schaut Smarter Energy.